Heute Nacht wieder Oma? Ja, maybe. Wir müssen Alkohol kaufen gehen. Geil, dann mach ich mir ein schönes Köpfchen und bedrink mich hier. Cool. Das ist ja ein ganz entspannter Donnerstagabend daheim im Zimmer, ne? Hallo, wir feiern... Wir feiern rein, Digi. Ah, stimmt, Digga, dein Geburtstag, Mann! Sauchen jetzt. Richtig, Digga. Ich komm rüber, Digga. Gib mir kurz ein paar Stunden. Ich hab eh Zeitverschiebung, weißt du? Ich flieg schnell rüber nach Deutschland. Ich komm. Ich steig in den nächsten Flieger. Louis, guck mal bitte. Tickets von jetzt hier Dubai-Frankfurt. Wie fang ich jetzt an? Ja, das soll ich euch sagen. Prost, Digi, Freunde. Einreihung. Weiß ich nicht. Ich hoffe, du bist bereit, Jürgen. Es wird gottlos, ja! Das hab ich jetzt ganz dringend nötig. NERJER MEISTER! Tatsche in Deutschland. Der Flug war eine ganz, ganz schöne Nummer. Vier Stunden geschlafen. Ich hab gerade eben auf Proclubs geschnitten. Aber ich bin froh, da zu sein. Guck mal, wo der hessische Portugiese ist. Wer wollt ihr denn eigentlich verarschen? Was ist das denn für ein Wetter? Na, ihr Schwänze! Leute, ich sitze im Taxi. Guck mal da, wer mich abgeholt hat. Kennt ihr den, wann? Die gute Philipp. Und guck mal, du reißt, Alter. Hä, mach ich weg, Alter. Alles gut, Alter? Hö, du Schwanz! Und, wie ist es jetzt mit deinem Schwanz? Ich werde mir heute richtig einen reintrinken. Ah ja, nice. Halleluja! Der Fanta, bitte. Ich unterstütze eigentlich Raucher nicht. Happy Birthday, ne? Ich hatte ein Geburtstagsgeschenk für dich. Wirklich. Und ich hatte es in genau so einer Tüte. Und ich habe die Tüte einfach in meinem Bett liegen lassen. Also, wenn du kommst, kriegst du noch ein Geburtstagsgeschenk. Ne Bomi-Puppe. Nice. Ja, 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 ja. Proclubs. Ich habe angefangen, einen Flieger zu schneiden. Ich mache das Ding gleich fertig. Und dann kommt das Video auch noch heute sogar online. Und danach gibt es einen L-Stream mit dem Kerl hier. So, Freunde, wir sind draußen angekommen. Ich bin gerade live. Der Mann ist am Telefonieren. Und der Mann hier ist, glaube ich, seit einer halben Stunde am Telefonieren. Ich weiß nicht, über welche aggressiven Business-Belde die telefonieren. Aber das ist anscheinend ein sehr, sehr intensives Gespräch. Achtet nur auf seine Arme. Das kann sie dir, glaube ich, echt nicht ausdenken. Super gepackt, ne? Weißt du, ich komme mir nicht mal raus, Alter. Die ist ja zweifelt, ne? Du weißt, du stehst falsch, ne? Geile Arsch, ey, boi. Nur mit einem Auge rüber. La gacka. Es sieht halt mega geil aus. Ist das, Digga? Mit einem Auge, warte. Ist das la gacka. Beim Kauf von zwei Adventskalender und eine Flasche Glühwein. Das heißt, wir kaufen vier Adventskalender. Und dann haben wir den Weiß noch den Roten. Die fingen Glück. Glück. Oh, Mann, Mann. Er hat wieder einen Kick. Er hat ihn wieder. Oh. La gacka. Ich will einfach vergeben. Kupfer. Ob das das so gut ist, oder? Ja, das ist... Es war top, oder? Oh, oh. Er dreht sich. Aber tschüssig. Oh, die Gari. Mit pinken Taschen. Was geht's? Bambi, Mungi, Anjo. Hä? Hä? Guck, guck, du kleinen Schlampe. Guck mal. Was? Ja, das klappt, oder? Oh, Guter. Ja, dann links in der Ecke noch ein bisschen, ne? Und dann da. Wo bist du heute noch mal schlafen? Also wir haben uns erst mal verlobten. Da sind die ganzen Brusten schon auch da drin. Da fass du super dazu. Was, wo hast du denn heute für ein großes Bett? Geil. Prost, gell? Prost. Dankeschön, Philipp, für deine Gastfreundschaft. Wirklich, ich küss dein Herz, Digga. Sehr nett. Boah, Feierabend. Zähl doch mal, warte auf mich, ja. Oh, ich weiß. Das ist es. Wir haben gesagt, heute wird's ehrenlos. Du bist im Dönerladen. Du kannst einfach dabei saufen. Film, Bruder. Das ist nur der Anfang, Waschi, ne? Du bist heute 18 geworden, Junge. Wir müssen deinen 18. feiern heute. Komm, es wird noch ehrenlos. Sehr glücklich. Erdgeburtstag. 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 Happy Birthday, Waschko! Hey! Komm, ey! Erdgeburtstag. Erdgeburtstag. Happy Birthday, Waschko, Junge. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Waschko. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Waschko. Happy Birthday, lieber Waschko. Zum Geburtstag, alles Gute. Zum Geburtstag, viel Glück. Mach sie doch. Mach sie doch. Zeit, einmal ein Dance. Genau so und nicht anders. Zeit. Nein, nein, nein. Das war's für heute. Das war's für heute. Mach sie doch! Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh nein, nein! Oh nein, nein! Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Hey, ich weiß nicht. Vielen Dank. 20 Beats, Reinde. Das ist ein Dase. Das ist ein Dase. Das ist ein Dase. Du hängst jetzt ein Dase. Das ist ein Dase. Happy Birthday, lieber Vasco. Happy Birthday to you. Hey, 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 hey. Der Tag danach. Wie geht's dir, Vasco? Topfit? Topfit? Gestern war ein Baba-Abend. Was soll ich sagen, Bruder? Nee, war locker. War locker gestern. War entspannt? War entspannt, gell? Ja, war entspannt, super. Was sagst du zum Abend gestern? War ein super Abend. Ja? Hier gibt's top. Ja. Top, sieht man. Top, sieht man. Top, perfekt. Und heute? Wir machen da weiter, wo wir aufgehen. Heute wird Gott los. Heute wird Gott los. Heute wird Gott los. Jungs, heute wird Gott los. Ui, guck dir das an, Alter. Guten Waschmann. Danke. Guck mal, wenn wir hier haben, Alter. Den Boy. Was geht? Prinz? Prinz! Prinz! Ey, Prinz! Der Prinz von Berlin, hallo? Hallo? Ist er der Prinz von Berlin? Das war gerade der dickste Fail. Wir klingeln einfach an der falschen Tür. Aber da stand einfach an der Klingel Prinz. Und ich denke, der Typ pappt auf seine Klingel einfach Prinz drauf. Und es war einfach ein Nachbar. Komplett random. Das ist krass, Alter. Das war ein Zufall. Ich schwöre. Was ist das für ein Zufall? Was ist das für ein Zufall? Du bist immer gut, ja. Ich krieg immer gut, Bruder. Ich hab nichts. Hä? Ich hab nichts. Du brauchst nichts. Ich hab mich bewegt. Wir sind ein Haus nebendran. Das ist ein Standort, den du geschickt hast. Und da steht auch noch an der Klingel Prinz. Und ich denk, du hast doch aus Joke einfach Prinz drauf gemacht. Und ich klingel das Sturm die ganze Zeit. Scheiße. Bruder, das war so witzig. Sehst du, Bruder? Glaub mir. Wir. Wir brauchen das. Wir wollen genau das sehen, Bro. Bruder, du weißt das, Bro. Wir wollen nicht nur, du talkst alleine. Guck mal, Hintz, der steht jetzt mit Pornodarsteller im Urlaub. Hol ein, zwei, drei Beatys. Die sind da. Du bist am Schluss auf. Ah ja, ich hab ja zwei Freunde. Ja, was hab ich gehört. Die rauschen sich, die unterhalten sich sogar. Auf, du siehst hier, Arsch, groß, klatsch. Das wär mein Film, Bro. Das wär mein Film. Das wär mein Film. Für meinen Vlog. Komm, mach Drip, komm. Sleddy, Sleddy. Komm, komm, komm nochmal, komm. Oh shit, what's poppin'? Drip Gang, Drip Gang. Guck mal unten, guck mal unten, guck mal unten. Check. Guck mal, die Jacke, die Jacke ist fresh. Die kommen erst nächstes Jahr raus. No cap, no kizzi. Gang, Gang, shit. Prins Nego in the house. You know the shit like. Spontan. Spontan. Der Boy war grad eben beim Friseur. Und warum? Warum? Ganz spontan. Warum warst du beim Friseur? Bruder, ich sah aus wie ein Obdachloser Typ. Ich meinte zu mir, ey, Bro, du kommst. Du bist aus Dubai nach Berlin geflogen. Und wenn du Leute dann begrüßt und dich fragen, warum kommst du, sagst du natürlich, komm aus Dubai. Solche Haare, Bro, geht nicht. Du musst ums Besor gehen. Bruder, wir sind noch hinten. Wir haben einen Laden gefunden. Der hat eigentlich seit zwei Stunden zu. Wir sind reingegangen. Bro, SOS wäre ein Notfall. Hier. Bruder, komm, let's go. Komm, beschäftige dich. Clean. Jetzt bin ich bereit, Digga. Ey, aber wisst ihr, was noch passiert ist? Erzähl das mal, Digga. Ich schick ihm die Adresse. Ich sag ihr, komm zu mir nach Hause. Wir haben das aufgenommen. Wir haben das aufgenommen. Wir haben das sogar aufgenommen, Bro. Jetzt geht's ins Stu. Folgen, Ratskonzept, Freunde. Falken auf Instagram. Jungs, der Typ kann einfach Schlagzeug spielen, ne? Du hast gedacht, wäre Cap, gell? Ja, dachte wirklich. Dachte jeder, Bro. Dachte jeder. Hast du noch nie deine Tracks gehört? Ja. Bruder, mach den Scheiß. Gib den motherfucking Mike an. Du kennst mich nicht, Digga. Wer ist P Diddy, also? P Diddy, sagt er. Ich fick deinen Vater, Digga. Mach, mach. Let's go. Gib mir einen Beat. Nein, Mann. Gib ihm einen Beat. Gib ihm einen Beat. Hört er nicht? Nein, mach weiter. Ja, dein Vater und deine Mutter. Sie heißen mit vornem Schalmutter. Ey, ich rufe Benji an. du kennst dich nicht. Nein, mach wiederNonin. Miiss. Du kennest dich nicht. Du kennest dich nicht. Du kennest dich nicht. Du kennest dich nicht. Mstilllich. Baby, baby! LassCH Ville haben. Du kennest dich nicht. Du kennest dich nicht. Das war я. Ich ges astronomy, sich das unit. Ich muss mit meinem Viertel weg, gehst auf dem Gürtel, ich würfel die Würfel, probiere mein Glück. Ich muss mit meinem Viertel weg, gehst auf dem Gürtel, ich würfel die Würfel, probiere mein Glück. Ich muss mit meinem Viertel weg, gehst auf dem Gürtel, ich würfel die Würfel, probiere mein Glück. Digga, ich kenn's in die Kameran, Ballermann, ja man, ich kicke es wie Alaba, Kamer, Grappell und in Berberi, Anorak, baller ne... Es wird gottlos, ja, was ist los mit ihm, ja, keiner weiß. Weiß ich jetzt nicht. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Peace, Leute, was geht? Ja, das war's vom Video. Es war ein sehr, 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 sehr geiles Wochenende. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst deswegen auch gerne ein Like da, Freunde. Lasst ein Abo da und ganz wichtig, lasst auch einen Kommentar da. Für den Algorithmus, schreibt rein, ob ihr so diese Real-Life-Videos feiert, ob ihr mehr davon sehen wollt. Wie gesagt, da geht auch ein sehr dicker, 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 dicker Kuss raus von mir an alle meine Homies aus Berlin. Es hat mich sehr gefreut, euch alle wiederzusehen. Ein dicker Kuss geht raus an Philipp. Dankeschön, Bro, dass ich bei dir schlafen durfte, die ganze Zeit. Super Gastfreundschaft, ja. Danke, dass ich bei euch schlafen durfte. Wirklich Kuss, Kuss, Kuss. Ein dicker Kuss auch an Greeny. Dankeschön für die Einladung zu Trevor da. Ja, es war Choc Güzel. Super, super Party gewesen. Dankeschön, Prince, mein Homie, ja. Der alles gemanagt hat, hier, da und für Unterhaltung gesorgt hat. Bro, ich küsse dein Herz. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Ganz, ganz wichtig auch. Ein dickes Dankeschön. Geht raus an euch, ja. Weil es soll nicht so vermittelt werden in diesem Video, dass sowas selbstverständlich ist. Einfach mal für den Geburtstag von einem guten, guten Kollegen, guten Freund, super Homie. Einfach mal ein paar Stunden davor ein Ticket zu buchen und nach Berlin fliegen zu können. Wie gesagt, das Ganze ermöglicht ihr mir. Deswegen dicker, dicker Kuss an jeden Einzelnen, der mich supportet. Jungs, das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so Möglichkeiten habe, sowas einfach zu machen. Deswegen halt auch dieser Vlog. Ich hoffe, ich konnte euch damit unterhalten. Ich hoffe, ich konnte euch dadurch ein bisschen mitnehmen. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich wieder back. Wenn das Video online ist, bin ich auch live auf Twitch. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ja, gerne mehr. Gerne mehr Real-Life-Sachen. Macht sehr viel Spaß. Und ja, das war's. Kuss. Ich bin raus. Dankeschön.